Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play The Witcher 3. Und ihr seht schon, heute mal ohne Facecam, denn die Capture-Card muckt mal wieder rum. Ich weiß nicht warum, aber tja, vielleicht habe ich es dann für nächste Folge wieder gefixt. So, Freunde, ich stecke erstmal den Knüppel weg. Letzte Folge haben wir ganz Weißkarten erkundet und sind eigentlich durch soweit. Ich schaue nochmal. Das sieht doch ganz gut aus, Freunde. Da ist es alles grau, das ist gut. Alles tot und grau, so mag ich es. Und jetzt würde ich sagen, wir haben gerade die Quest Auftrag Monster im Wald. Sprich mit dem Kommandanten des Wachpostens bei der Brücke nach Novigrad. Und der zeigt mir an, dass ich hier zu einem Wegweiser gehen muss. Das heißt, ich muss reisen. So, und ich gucke mal, wir müssen wieder nach Wählen. Und dann müssen wir hier hin. Das heißt, ähm, oh, schaut mal, Freunde, hier haben wir auch richtig viel zu tun. Richtig viel zu tun. Holy shit. Ah, ich habe Flashbacks von Assassin's Creed Odyssey. Nein! Okay, ähm, da würde ich sagen, wir machen einfach mal voll in die Mitte rein. Der Kontakt des Hexers in Wehlen sollte Hendrik sein. Und das kennen wir schon. Ja, ja, ist gut, ist gut. Erzähler, ich weiß. Und jetzt sind wir wieder hier. Okay, und wir haben hier eh auf der Karte ein paar Orte. Das heißt, ich würde die auf jeden Fall schon mal mit erkunden. Und wir müssen aber in die Richtung. Plötze! Oha, Plötze wird Oha. Oha, Plötze! Geh! Los! Schnell! Plötze, ganz cool. Junge. Ähm, ich muss da lang. Schneller. Okay, Monsterlager. Let's go, das ziehen wir uns rein. Neckar. Ähm. Kann ich die vielleicht von hier? Zack! Scheiße. Die sehen nicht so krass aus. Let's go. Sollte ich vielleicht nochmal meditieren? Wegen Leben und so? Vielleicht so eine Stunde oder zwei? Nein, reicht. Zack! Perfekt. So, dann kommt mal ran hier. Wer seid ihr denn? Oha. Die Necker sind am Necken. Zack! Jeder kassiert hier. Jeder kriegt was ab. Zack! Nein! Okay, jetzt gibt's igli, Freunde. Alter, die sehen ja auch eklig aus. Junge. Okay. Aber wir müssen hier rein, Freunde. Und wir haben ein neues Schema eingesammelt. So. Das zieht ja auch wieder sehr... Oh Gott. Oh Gott. Komm her. Na komm. Oh je, das zieht ja gar nix. Kommt, na los. Nein! Oh, das sind sehr viele. Kann ich nochmal meditieren vielleicht? Kann ich hier drin meditieren? Ja, easy. Zack! Und schon geht's mir wieder gut. So, jetzt machen wir nochmal Fackel an hier. Kommt her! Nein! Nein! Verdammt! Ja! Ja! Oh Gott! Meine Mann! Nein! Was war das denn? Was hab ich jetzt gemacht? Ich glaub, ich muss unbedingt mein Schwert aufbessern. Okay. Jawohl! Ein harter Kampf, Freunde. Ein harter Kampf. Aber wir schaffen das. Komm her! Zack! Okay. Puh. Okay. Kochen denn die hier für ein Süppchen? Ja, es wird schon angezeigt. Wir müssen unbedingt das Schwert aufbessern. So, aber hab ich jetzt eigentlich den Ort schon abgeschlossen hier? Nee. Aber was ist meine Aufgabe hier drin? Was soll ich hier tun? Ich mein, die Monster sind doch jetzt ausgerottet, oder? Ja. Vielleicht sind vor der Höhle noch welche? Ich guck mal schnell. Aber hier ist auch alles leer. Hm. So, hier ist nix. Und hier ist doch... auch nix weiter. Gehen wir nochmal hier in die Kiste. Ne Höhle ist leer. Hier war ich schon? Nee, dann... Ich geh jetzt wieder raus, also... Keine Ahnung. Da oben war ja auch nix, wo ich hergekommen bin, also... Ich weiß das nicht, Freunde. Dann mach ich erst mal weiter. Steht ja auch keine Info dazu, was ich hier machen soll. Finden wir schon noch raus. Weiter geht's, Freunde. Plätze! Ah, vielleicht hier noch? Soll ich mal gegen einen nixer gegenwärtig? Lass ihn nicht zur Arte kommen! Keine Angst! Zack! Na, komm! Na, komm! Verdammt! Ich muss auch mal... Genau, das wollte ich mal üben. Wir ziehen dir die Haut ab! Na, komm! So, Feierabend. Hier ist nix weiter. Ach, egal. Ich mach erst mal weiter. Komm, Plätze! Genug ausgeruht. Ach, das Drehen. Das Drehen, Freunde, mit dem Pferd, ne? Oh, Person in Not. Let's go! Da helfen wir doch direkt mal, würde ich sagen. Hallo, Freunde! Oha! Okay. Jetzt gibt's erst mal schön irgendwie um die Ohren, Freunde. Oh, ich muss so dringend meine Waffe aufbessern, ne? So dringend. Okay, erst mal einen Schluck Schwalbe. Es nutzt nix. Nein! Nein! Verdammt! Ich will nicht auf die Pferde hauen. Komm her! Nein! Oha! Auch die Rüstung hat was abgekriegt, Freunde. Wenn ich das hier überlebe. Oh Gott, oh Gott. Kurz bisschen Abstand halten. Und drauf. Nein! Jetzt hat mich das Pferd getreten. Verdammt! Oh! Super gemacht! Warte, jetzt bist du dran. Ja, nein! Jetzt bist du dran, Junge! Okay, aufpassen nicht, dass die Pferde wieder austreten. Und jetzt du. Komm her! Und drauf. Es dauert lange, Freunde, aber wir schaffen's. Wir schaffen's. No, no, no. Verdammt! Nein! Jetzt hab ich schon wieder das Falsche gewirkt. Okay, nochmal schnell weg. Abstand, Abstand, Abstand. Bist fast am Ende. Was? So. Puh. Okay. Ein Reparaturset hab ich ja im Inventar. Das probier ich jetzt mal eben. Haben wir vielleicht irgendwas Besseres mittlerweile? Ne, alles noch zu krass. Ähm. Ja, hier so. Dann würde ich sagen, wir machen das mal hier. Zack, zack, zack. Und dann ist das erstmal wieder gut. So. Ähm. Fliegender Meister, wer bist du denn? Ein Kaufmann. Lass uns reden. Lass uns... reden. Willst du nicht reden? Er will nicht reden. Käfigschlüssel. Ähm. Soll er vielleicht eigentlich da drin sein? Kann das sein? Ähm. Ich mach dir mal auf. Hey, bitteschön. Können wir jetzt reden? Du bist frei. Ah. Na, alles klar. Hallo? Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Aber für dich mach ich ne Ausnahme. Ah, super. So, na gut. Dann mach ich erstmal weiter. Okay, aber bevor ich die Quest mache, ich brauch unbedingt einen Shamit. Ich muss... Ich muss meine Schwerter aufbessern. Ähm. Bestimmt hier in der Stadt irgendwo, oder? Aber ich muss die erst finden, ne? Die werden so nicht angezeigt. Okay, dann mach ich erstmal hier in die Stadt rein. Würde ich sagen. Oder? Ich weiß nicht. Ach so, aber ich kann ja gar nicht. Hier ist ja gar kein... Ach so. Ich hab hier noch nichts aufgedeckt. Okay. Da ist eine neue Quest verfügbar. Okay, dann geh ich erstmal dahin. Dann mach ich jetzt erstmal weiter mit dem stumpfen Schwert. Pack doch weg, Junge. So, was hier mit dir? Kann ich mit dir reden? Diese Passierscheine, was sind die? Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht. Die Redania halten alle Pforten über den Panther. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich hab noch ein paar zu verkaufen. Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du's dir nicht leisten kannst? 100? Äh, geht das nicht billiger? Nein, danke. Hey, halt mal. Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Was für Arbeit. Was für Arbeit. In der Nähe, ein Stück im Südosten, hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon. Monster, die von Leichen angezogen werden. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Ähm. Okay, sieht so aus, als könnte ich das nicht machen. Äh, ich... Ich denke drüber nach. Bis später. Na gut. Mal sehen, was ich tun kann. Ich mach das mal für die EP, Freunde. Äh. Kurz zu den Quests. Äh. Quests. Da. So, machen wir mal das hier eben schnell. Wo muss ich da hin? Ach, ist gleich hier. Okay. Wie gesagt, ich mach das für die EP. Ich denke mal, er wird nicht so weit runter gehen dann mit dem Preis. Und vielleicht krieg ich diesen Schein ja noch irgendwie anders. Oh, wie krass das aussieht jetzt. Oh Mann. Und ich hab schon wieder... Na gut. Es sind ja nur Hule. Alter, wir machen so wenig Schaden, ne? Ich muss unbedingt, unbedingt zu nem Schmied. Let's go. Nein. Okay, mal schnell noch ein... Brot reinballern. Lecker, lecker. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hätte meditieren sollen. Ich hab schon wieder vergessen zu meditieren. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich mach das schon. Und drauf. Jawohl. Ja? Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus. Hab ich recht? Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können. Aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie. Dann kriegst du was ab. Okay. Abgemacht. So, kann ich jetzt... Warte mal. Ich muss jetzt unbedingt... Äh, nope. Ich muss unbedingt meditieren. So, makabere Ernte. Das ist kein Leichenfresser. Da kommen die Guler. Und drauf. Geht weg. Ich kümmere mich. Verdammt, die Biester sind aber auch schnell. Stark Angriff. Stark Angriff. Du sagst es, Geralt. Okay, jetzt stehen sie alle drei... Nein! Zu spät. Okay. Nochmal eine Schwalbe. Okay. Ich lerne aber auch nicht daraus. Okay, versprochen, Freunde. Danach gehe ich zu einem Schmied. Danach gehe ich zu einem Schmied. Okay. Es wird, Freunde. Es wird. Es wird. Da kommen schon die Nächsten. Juhu! Ja, natürlich. Rett euch den Arsch. Nein! Nein! Ich bin... Oh, nein! Oh, Junge! Verdammt! Hätte ich das jetzt vielleicht nicht annehmen sollen? Ah. Das war nischt, Freunde. Das war nischt. Okay, es hat hier gespeichert. So. Okay, Freunde. Wisst ihr was? Wir machen es jetzt anders. Ich mache nochmal zurück. Nach Weißgarten. So. Hier hin. Hier war doch ein Schmied. Ja, ich weiß doch, Sprecher. Ich weiß doch. So. Da sind wir. Okay. Eine gute Beschreibung von mir. So. Schmied! Mach jetzt gefälligst mein Schwert ganz. Willst du spionieren oder feilschen? Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. So. Kann der jetzt nur Sachen anfertigen oder kann der auch reparieren? Reparieren. Vor allem 259. Und wie viel habe ich? Oh Gott. Okay, let's go. Achso, beide gleich. Ich habe das bestimmt auch schon mal gemacht, Freunde. Aber ich habe es schon wieder vergessen. So. Okay. Wieder repariert beides. Hör mal auf jetzt. So. Haben wir das repariert. Das heißt, ich mache mich wieder vom Acker. Ab nach. Wählen. Und wir müssen, ähm, 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 dine. Ja. Kann es nicht ein ganz normaler Loading Screen sein? So. Komm, Plötze. Hey. Weiter so, Plötze. Ach, Plötze. Hä, läuft der immer noch hier lang? Schneller. So, habe ich jetzt eigentlich den Auftrag noch? Zack. Schwalbe wieder aufgefüllt. Und so, liebe Freunde, ich muss jetzt mal einen kleinen Cut machen. Denn, ich habe das ein paar Mal versucht. Ich hatte meine Waffen aufgewertet und so weiter. Aber, die Quest war einfach noch zu krass für mich. Ich habe es nicht geschafft, Freunde. Deswegen habe ich mir gedacht, wir lassen das jetzt erstmal, leveln noch ein bisschen und kümmern uns später drum. So. Und jetzt müssen wir, jetzt gucke ich mal, wir hatten doch hier noch, genau, hier, Hauptmann der Wache. Mit dem muss ich doch reden. Äh, ich bin wegen der Nachricht hier. Ich bin wegen der Nachricht hier. Gibt es ein Monsterproblem? Problem? Sehr hübsch. Wir haben kein Problem. Wir sitzen bis zum Hals in der Scheiße. Da sitzt irgendein verficktes Ich-weiß-nicht-was im Wald und greift jeden beschissenen Transport an, der es wagt, die Hauptstraße zu benutzen. Wir haben bald keine Bolzen mehr, keine Pfeile, keine Ration. Wir sind am Arsch. Wir haben eine Patrouille losgeschickt, aber die ist nicht wiedergekommen. Es ist also ganz einfach. Bring mir den Kopf, dieses Scheiß-Fies, und ich gebe dir so viel Gold, wie in der Nachricht steht. Ich falsche nicht. Der Quartiermeister lässt sich nicht umstimmen. Aber ich kann einen Passierschein über den Pontar drauflegen. Oh. Was sagst du? Top? Klingt angemessen. Mal sehen, was ich tun kann. Auftrag. Monster im Wald. Ey, da muss ich ja das gar nicht mehr machen. Drauf mache ich natürlich später. Lass mal gucken, wie viele Menschen hier sind. Dress. Das linke Ohr hat mir, wenn es nicht stimmt. Oben später sind die Schuhe nicht sicherlich zu beschäftigen. Halt! Kein Durchgang. Die Brücke ist gesperrt. Warum? Weil König Radowit es befohlen hat. Ich lasse niemanden durch, der keinen Passierschein hat. Äh, wie bekomme ich denn einen Passierschein? Wer stellt die Passierscheine aus? Was geht dich das an? Leute wie du kriegen sowieso keinen Passierschein. Bist der falsche Typ. Ähm. Ich probiere mal das hier. Komm schon, denk nach. Bestimmt fällt dir ein, wo ich einen Passierschein herbekomme. Äh, ja. Die werden von königlichen Beamten ausgestellt. Aber man kriegt auch auf dem Schwarzmarkt welche. Bei wem? Namen weiß ich keine. Frag die Leute an den Übergängen, die wissen mehr. Mach ich. Bis dann. Ja, also wir wissen natürlich schon, wo wir die kriegen. Neue Quest, du kannst nicht vorbei. Ach so, der zeigt mir jetzt wahrscheinlich die beiden Kollegen hier an. Aber der blutige Baron, der blutige Baron wurde blind. Ah. Ach so, dann kann ich nochmal mit dem quatschen am besten. Kriege ich dann noch mehr EP? Ja, ja. Äh. Ich denke, ich denke drüber nach. Bis später. Na gut. So, habe ich jetzt dadurch die Quest abgeschlossen? Oder muss ich nochmal mit dem Hauptmann reden? So viel, wenn man zur Kneifzange oder zur Weißglühenden... Hexenjäger. Oh. Schönen guten Tag, Männer. So, der kommt schon von allein. Dass uns das Böse verschont. Schlag mich nicht ab. Ich sehe, dass du ein weit gereister Mann bist. Also sag mir, dass du ein weit gereister Mann bist. Wollen könnte ich denn nur noch fragen? Ich bin ein viel beschäftigter Mann. Der Hauptmann ist es ja nicht, weil... Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Halt lassen. Liebe Fred. Okay, ich gucke nochmal hier. Mach so weiter, dann knack ich dir den Schädel. Okay, ich glaube, es geht um den Typen hier. Ich weiß jetzt nicht. Vielleicht habe ich die Quest geschafft, wenn ich den kaufe bei ihm. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Quest von... ...dem Hauptmann. Äh. Achso, besorg dir einen Pass, der die Überquerung des Ponta erlaubt. Hier. Monster im Wald. Wir sind zwar Stufe 5, aber das müssten wir ja trotzdem schaffen. So. Zack. Und los geht's. Plötze. So, ich reite mal nicht hier lang. Sondern drumherum. Nicht, dass die Quest hier anfängt. Einfach vorbei. Einfach ignorieren. Boah, die Mucke. So geil, ne? Din, 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 din. So. Schauen wir mal nach der Truppe. Oh ja, das sieht ja schon gut aus. Ahl, Gule. Du hast keine Wahl. Nein. Und drauf. Fresst, Iggy. Und drauf. Junge, die halten ja was aus. Komm her. Okay, ich glaub, das war's dann wohl. Mit den Kollegen. Untersuche den Schauplatz des Angriffs. Okay. Okay. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Schauen wir hier nochmal. Zerrissen und abgenagt. Ach so. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Sieht nach Klauenspuren aus. Aber hier, ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Aha. Monster verschießen keine Pfeile. Fußspuren. Ein Überlebender. Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Mhm. Mhm. So, und wo führen die hin? Ansonsten gibt's hier nichts weiter, ne? Ach so. Ähm. Die führen ja hier lang, aber die enden doch hier. Oder gehen die hier irgendwo lang? Ne, die enden da. Hab ich hier noch was übersehen? Ach hier. Guck mal. Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster hat was für Armeebestände übrig. Aber das war doch. Hier stimmt das nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Aha. Jetzt geht's auf einmal weiter. Mhm. Mhm. Ich höre was. Klingt tatsächlich nach Monstern. Uh. Nach einigen. Da werde ich mal ganz kurz halt meditieren. Ne Stunde. Zack. Dankeschön. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Oh ja. Und mit umsehen meine ich abschlachten. Oha. Okay, war es vielleicht nicht so clever? Versammelt euch! Ey, ich... Hallo! Nein! Versammelt euch wieder! Verdammt! Ähm. Kommt ihr bitte zurück? Oha. Und rauf. Und rauf. Okay. Leise anschleichen. Wusch! Und rauf. Und rauf. Jawohl, Baby. Und jetzt du. Komm her! Nein! Verdammt ertrunken. Nein, jetzt habe ich... Nein, jetzt habe ich... Einen Schritt weiter und du kriegst noch ein Loch in den Kopf, Deune! Was willst du hier? Rede! Oh. Ich muss mit eurem Kommandanten reden. Ich muss mit eurem Kommandanten reden. Es ist wichtig. Ich traue dir nicht. Das dachte ich mir schon, als ich deinen Bogen auf mich gerichtet sah. Du hast mich doch im Blick. Und ich neige nicht zu Dummheiten. Da kann ich dich beruhigen. Ich bin beruhigt, wenn du mir deine Waffen gibst. Los! Deine Schwerter! Lass sie fallen, dann bringe ich dich zu Bernossiel. Ist das... Kenne ich den aus dem ersten Teil? War das der? Äh, gut. Geh voran. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Gut. Geh voran. Badgern? Seltsam. Wir haben hier gar keine Monster. Ihr vielleicht nicht. Aber die Redanier sind überzeugt, dass etwas in diesen Wäldern haust. Sie haben mich angeheuert, es zu töten. Na, dann irren sie sich eben. Wäre nicht das erste Mal. Hier gibt es kein Monster. Deine Arbeit ist getan. Das ist kein Spiel. Es sind Menschen gestorben. Es sind Soldaten gestorben. Soldaten von Radovit, der die Enseide vom großen Meer bis zu den blauen Bergen terrorisiert. Soldaten, die Massaker anrichten, unsere Brüder foltern, unsere Schwestern vergewaltigen. Um die weine ich nicht. Und wir werden diese Transporte weiter angreifen. Wir müssen essen, wie du. Es ist also deine Entscheidung. Geh jetzt und vergiss, was du gesehen hast. Oder stirb. Und ich habe keine Waffen. Ihr seid gewöhnliche Banditen. Macht, was ihr wollt. Ach, scheiße. Ja, ich habe keine Waffen. Ähm. Was sie da erzählt hat, ist natürlich schon krass. Also, ich glaube, ich komme hier nicht heil raus. Deswegen, ähm. Macht, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Ich mische mich nicht ein. Gebt ihm seine Sachen und werft was von den Transporten rein. Weise Entscheidungen soll man belohnen. War Fail. Das war ein richtiger Fail. Quest aktualisiert. Auftrag. Monster im Wald. Ähm. Ja, die Frage ist, ob ich jetzt damit die Quest verkackt habe. Aber ich muss es ihm ja nicht sagen. Oder? Lass mal schnell gucken. Klötzer. Komm, wir gucken mal schnell, ob wir es jetzt verkackt haben. Ich muss ihm das ja nicht erzählen, oder? Ach, Plötze. Ich liebe es. Mein Gott, hier ist doch nichts. Ach, komm. Zur Seite. Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Okay. Pass doch auf. Geh mir aus den Augen. Äh, hier. Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie drangekriegt? Äh. Da ist kein Monster im Wald. Nur Scoia-Tel. Da ist keine Bestie im Wald. Nur Scoia-Tel. Scoia-Tel, sagst du? Ich dachte, mit diesem Abschaum hätten wir aufgeräumt. Hast du sie aufgeschlitzt? Elfen sind keine Monster. Also, nein. Aber ich würde auch nicht um sie weinen. Natürlich nicht. Nur ein toter Anderling ist ein guter Anderling, wie mein Vater sagen würde. Belohnung ist nicht drin, weil du den Auftrag nicht ausgeführt hast. Aber hier ist der Passierschein, den ich dir versprochen habe. Weil du die richtigen Autoritäten informiert hast. Wir machen kurzen Prozess mit ihnen. Jetzt bin ich gespannt. Habe ich jetzt die Quest verkackt damit? Quest aktualisiert. Quest abgeschlossen. Okay, also ich habe sie nicht verkackt, Freunde. Und wir... Alter! Und wir haben den Passierschein, Freunde. Das heißt, in der nächsten Folge kommen wir da rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Oh, Leute. Leute. So kann ich die Folge nicht beenden. Ja, ja, komm. Meister Hexer macht einen Abgang. So, jetzt, Freunde. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.